Ich finde es sehr kritisch, dass im Zug von diesen Corona-Lockdown-Massnahmen die Hochschulen seit mittlerweile einem Jahr zugesperrt sind. Ich bin Marcel Schelbock von Altnachtorf und ich habe kürzlich mein Studium an der Universität Zürich als Wirtschaftshistoriker abgeschlossen. Und ich sehe es im Zug von diesen Corona-Lockdown-Massnahmen sehr kritisch, dass man Hochschulen mittlerweile seit einem Jahr zu hat. Hochschulen sind eine Plattform für junge Leute, um zu diskutieren und kritische Meinungen zu bilden. Und das, finde ich, ist eine Grundlage für unsere Demokratie. Und wenn man das abklemmt, dann wird es kritisch. Und ich finde, da muss man hinstehen und sagen... Und ich finde es sehr wichtig, dass die Hochschulen so schnell wie möglich wieder aufgehen. Das ist alles ein Grund möglich, weil es wichtig ist. Vielleicht müssen ich damit imautres Zeit Töten oder das Frieden nachentomstrahls... Du bist glücklich, weil es wirklich Khan serait trögt.